Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei Kati Friends. Ich habe hier ein Paket von der Lieben. Früher hieß sie, glaube ich, Ines Tierwein oder so. Und dann hieß sie Kati Chili. Und jetzt heißt sie, glaube ich, Kati Fire oder so. Also ich werde natürlich ihren Kanal in die Infobox schreiben. Und ich habe, also wir haben ein Tauschpaket gemacht. Und mein Tauschpaketpferd ist heute, genau heute angekommen, rechtzeitig. Weil ich bin ja jetzt vom Internat wieder nach Hause gekommen. Und ich packe nichts aus. Leider hat ihn mein Vater schon aufgemacht und auch schon rausgenommen. Aber sie haben es wieder in die Schachtel reingetan, also ich habe es noch nicht gesehen. Und ja, ihr könnt jetzt live dabei sein. Tada! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Ich packe zuerst mal das Zugehörer aus. Und zwar einmal hier so ein gelbes Martingal. Also ich glaube, das gehört beim Stock und das gehört über die Zugehörer. Also so ein gelbes, schönes Martingal. Dann haben wir einmal so eine richtig coole Glitzer-Trense für ihn. Also die ist auch richtig cool, muss ich sagen. So eine richtig coole Glitzer-Trense. Dann, oha, wie cool! Ich habe es nämlich am Bild schon gesehen. So eine richtig geile Kordel. Also da werde ich bestimmt irgendwie... Oder das ist eh ein Halfter und ein Strick. Oh mein Gott! Ich finde das so geil! Also das ist halt ein Strick und ein Halfter. Oh mein Gott! Das ist echt geil! Dann noch so eine weiße Trense aus so einem weißen Band. So eine weiße Trense. Und gibt mir eine Gebisshose. Dann habe ich auch hier so Füllmaterial drinnen. Also noch so Füllmaterial. Dann noch so ein schwarzer Holzstock. Also der ist eigentlich eh schwarzer, das ist halt so ein Stock. Also ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich den dann verwenden werde. Aber ich glaube schon. Mal gucken. Dann habe ich hier noch so Luftpolsterfolie. Ich finde das auch so geil. Ah, ist ein Erd. Und jetzt kommt das Pferdchen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie cute! Oh mein Gott! Also es ist so eine Art Miklen-Trense, was er da oben hat. Auch hier zu einem Band. Also ich werde die Trense jetzt mal abmachen irgendwie. Ach so, hier ist ein Karabiner, genau. Ja. Ich werde die Trense jetzt mal abmachen. Oha, ich finde die Trense ist auch extrem geil. Also ich finde das Zubere auch mega cool. Danke dafür! Und ja... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also er ist echt mega hart gefüllt, muss ich sagen. Also das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass er so hart gefüllt ist. Und die Ohren sind auch voll stabil. Also das hätte ich mir auch echt gar nicht gedacht, dass die Ohren so stabil sind. Und er hat hier so einen kleinen Babystern. Und ja, hier gehört direkt an der Stock rein. Ja. Also hier gehört der Stock rein. Und er ist so cute! Und oh, ich bin auch sowas von cute. Ich finde ihn echt mega cute. Und von der Größe her passt er, muss ich sagen, auch ganz gut zu meinem anderen Pferden. Also ich nehme zum Beispiel jetzt mal Nanerio schnell her. So. Und zwar das ist Nanerio. Und von der Größe sind die eigentlich circa, eigentlich fast genau gleich groß. Ja. Und ich glaube, dass hier irgendwie so auch noch so Stabilität drin drin sind. Weil das fühlt sich irgendwie, weil das ist da so hart. Das finde ich irgendwie so einfach Pappe oder so. Und ich finde das echt mega cool. Und ich finde die reite sich auch voll cool. Und er ist irgendwie auch ziemlich, also nicht ziemlich schwer, aber ich hätte ihn mir leichter vorgestellt. Aber ja. Und er ist auch so cute. Dankeschön! Und ja. Guckt mal bei ihrem Kanal vorbei. Sie hat jetzt zwar noch nicht so viele Videos und so. Ähm, ja. Also, Dankeschön für diese tollen Sachen, für das Hobbyhaus, für das geile Zubehör. Und ich finde diesen Strick hier auch ultra geil mit dem Halb da. Ja. Also, Dankeschön für die tollen Sachen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye! Eure Kati Friends.